Alter hat Nova hier entfahren lassen, mit Mockert ja ordentlich. Genau, und das hier ist der Supermarkt. Genau, ich zeige euch das nochmal auf der Karte. Da steht sogar, da steht sogar. Da steht Super Market. Super Market, das M ist ein bisschen vertaucht, aber Arcade. Super Market, wie gesagt, das ist hier oben bei dem Punkt, wo ich euch das vorhin auch schon gesagt habe. Und empfehlen können wir euch bloß hier die Winery, wo hier diese kleine Linie von der 3 lang geht. Da hatten wir unsere Basis, oder? Haben wir noch was vorbei? Naja, bestimmt auf dem Rückweg. Ja komm, ein bisschen, das machen wir auf jeden Fall. Aber jetzt erst mal hier rein, damit ihr wisst, wie der Supermarkt aussieht. Hier Heilung, hier Supermarkt, hier ist ganz gut eine Base zu bauen, weil hier habt ihr eine Tanke hier hinten direkt neben uns. Und hier kommen die ganzen Waffenläden auf dieser Hauptstraße in der Mitte. Und direkt hier nebenan, falls ihr Nägel und sowas braucht, ist so eine Baustelle. Die lohnt sich auch immer mal, nach Nägeln und sowas zu suchen, falls mal was fehlt oder Schrott oder so. Gut, dann gehen wir mal rein, oder? So ist das. Zeigen wir mal den Leuten, was da so abgeht. Da sind zwar nur viele Regale und in einem Nebenraum viele Kisten, aber ist nice. Ich gehe von hinten rein. Oh, hier ist ein Gegner. Ich weiß nicht, was ich mit dem Gegner machen soll. So, dann gehen wir rein in den Supermarkt. Ihr könnt hier immer gerne auch durch die Mülltonnen wühlen. Da findet man manchmal Papier, was man zum Teil zum Craften braucht. Oder halt auch fast abgelaufene Mayonnaise. Also, Mülltonnen lohnt sich auf jeden Fall immer. Ohrstöpsel. Und hier unten ist, so wie gesagt, der kleine Lager. Hier könnt ihr euch erstmal durch die ganzen Kisten wühlen. Ihr findet hier immer so Sachen wie Duct Tape. Was erstmal sehr wichtig auch wieder ist zum Craften, Zigaretten. Ja, okay. Und ihr könnt hier jeden einzelnen Karton, also bei den Karton, die könnt ihr wirklich einzeln. Siehst du, da findet man auch mal Jut Bargeld. Könnt ihr euch da schön durch Craften, äh, durch Craften, sag ich schon, ähm, durchsuchen. Dann findet man hier halt auch Knoblauch. Können wir gleich ja mal essen. Alle drin, damit die ganze Zehe. Oder Hefe, das braucht man dann, ähm, Natürlich auch, äh, zum Kochen. Später, da habt ihr ja hier oben, äh, bei Handwerk, ganz rechts halt Kochen. Ne? Und da seht ihr halt auch, was man dann dafür braucht. Hier zeigt er zum Beispiel Herd an. Ne? Fleisch, Salz, Pfeffer. Dann könnt ihr halt Premium-Fleisch herstellen zum Teil. Das kriegt auch alle Sterne. Das kann dann mehrere Sterne haben, weniger Sterne. Umso effektiver ist es halt. Und wenn ihr das natürlich wieder skillt und umso mehr kocht, kriegt ihr halt dann, so gesagt, auch neue Rezepte dazu. Mit natürlich den neuen Lebensmitteln. Und, äh, könnt dann auch noch später andere Sachen kochen. Ihr müsst euch halt einfach immer in den Sachen, die ihr tut, verbessern. Ähm, das ist halt ganz wichtig. Kann man sich hier alles schön durchwühlen. Wie gesagt, ich fange gerne beim Lager an. Oh, geil. Alkohol immer gut. Immer schön einpacken. Dann wühlt ihr euch hier so Stück für Stück durch. Wie gesagt, hier liegt immer Geld. Hier liegt alles Mögliche rum. Oder hier auch zum Teil ein Rucksack. Dann hätte man schon mal einen Rucksack, der ein bisschen kleiner ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier hinten rein. Wenn man eine Axt hat, reicht das schon meistens. Wenn man sogar zu zweit ist, reicht das erst recht, um hier rin zu kommen. Und dann könnt ihr euch immer schön, müsst ihr auch nicht so fummelig an den Regalen machen. Drückt einfach Tab. Alle, was in eurer Umgebung ist, so einen kürzeren Umkreis drumherum, zeigt euch oben an. Nehmt damit, fertig ist. Könnt ihr auch immer untersuchen noch. Dann habt ihr einen kleinen Text dazu. Aber ich kann euch, wie gesagt, einfach bloß die Scum-Wiki empfehlen. Geht am einfachsten, um sich schnell Sachen rauszusuchen. Auch dann später bei dem Thema Waffen. Ist das genau das Gleiche, damit ihr wisst, welcher Schalldämpfer auf welche Waffe. Oh, hier was Großes zu trinken. Das stecke ich mir auf jeden Fall auch wieder mit ein. Wie gesagt, Plastiflaschen und sowas nie wegschmeißen. Könnt ihr immer wieder befüllen. Mit anderen Sachen. Auch zum Teil Benzin, wenn ihr noch kein Benzinkanister habt. Und dann lootet ihr euch hier durch die ganzen Regale. Also hier in denen müsst ihr halt dringucken. Bei den anderen braucht ihr bloß vorbeilaufen und Tab drücken. Dann seht ihr, ihr habt doch mal schöne Hosen oder auch mal was anderes. Und dann rennt ihr hier einfach durch und nehmt euch einfach alles mit, Leute. Und nicht vergessen, vorne zu den Kassen gehen und die ganzen Kassen noch mitnehmen. Da könnt ihr euch dann hier 177 Dollar, ne, könnt ihr euch alles schön einstecken. Und dann habt ihr schon mal später was, wenn ihr nur Ruhmpunkte habt, für die Händler. Dass ihr schon mal ein bisschen Schotter zusammen habt dafür. Hier unten sind immer links noch Toiletten. Da könnt ihr auch gucken, weil ganz wichtig, Seife. Immer mitnehmen. Habt ihr auf den Toiletten immer, könnt ihr dann später die dreckigen Lumpen oder eure Klamotten auch zum Teil mit waschen. Um dann wieder saubere Klamotten zu haben oder saubere Lumpen, um wieder saubere Verbände herzustellen. Verdammt. Wenn ihr hier den Seitengang hoch geht, kommt ihr noch in die, wie kann man das nennen, Chefetage. Also da, wo die ganzen Leute mit ihren Computern sitzen und so, da könnt ihr natürlich auch alles mitnehmen. Feuerzeug auch immer wichtig. Was wolltest du sagen, Jussi? Allgemein, wenn ihr dreckige Klamotten tragt, ist natürlich, wenn ihr getroffen werdet, die Infektionsrate höher. Das heißt, lieber saubere Klamotten, dann werdet ihr auch weniger infiziert. Genau, und wenn ein Getränkeautomaten, so wie ich das jetzt habe, habe ich jetzt mal eine 2 Liter Karamellbrausee gefunden. Alter, da ist ein Lars. Ist halt immer geil und sehr, sehr gut. Oh, da steht ja noch Anna hinter dem Haus. Wird bloß irgendwann zu schwer, deswegen geht das hier irgendwann nicht mehr drin. Ach, jetzt haben wir das so Häuschen, ja. Der humpelt weg. Komm her. Nee, der ist weggehumpelt, der hat Angst vor dir. Der hat Freundschaft, du hast Feindschaft gegeben, okay. Dann kann man hier noch alle Räume schön durchlooten. Wenn ihr natürlich Wasserspender seht, könnt ihr immer auch prüfen vorher. Und dann könnt ihr euch das Wasser entweder abfüllen oder halt direkt draus trinken. Zum Beispiel CandyBob auch immer sehr geil, wenn ihr halt merkt, Stoffwechsel. Ihr hättet jetzt zu wenig Zucker. Ich bin hier halt schon ein bisschen drüber. Dann knallt euch einfach zwischendurch immer ein Bonbon hinter. Kommt da, da läuft er. Ja, komm zu dir. Ja. Oh cool, da hinten ohne welche. Genau, und dann lootet man sich ja einfach so richtig schön durch, durch die ganze Kaufhalle und alles. Und dann hat man erstmal genug Essen und zu trinken. Deswegen mag ich halt diese Ecke bei C3, C4 oben sehr. Weil wo wir das zufällig rausgefunden haben, das haben wir auch nicht gegoogelt oder sonst irgendwas. Und uns für die Ecke entschieden haben, weil wir an einer größeren Stadt sein wollten. Wir waren auch in der Nähe einfach. Da dachten wir auch, geh mal hin. Ja, aber wir hatten trotzdem nicht mit gerechnet, dass halt wirklich du auch als Anfänger mit Start Equip, wenn du sagst, du baust dir halt da hinten bei der Binary deine Base, dass du hier unten recht einfach Essen und Trinken bekommst. die ersten Materialien, um dir eine Kiste zu craften, dir eine Werkbank zu craften, damit du halt so langsam wirklich loslegen kannst. Genau. Dann packe ich bloß mal den ganzen Scheiß erstmal zum Teil in mein Auto, damit ich, wenn wir jetzt gleich zu den Waffenhändlern fahren, mir auch noch was einstecken kann. Jojo! 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 Jojo!